In Hannover an der Leine, Rote Gasse Nummer 8, dort wohnt der Massenmörder Harman, der die Menschen umgebracht. Herr Harman, krieg ich morgen auch was ab? Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Harman auch zu dir. Mit dem kleinen Hackefeilchen macht der Hackefleisch aus dir. Kriminalpolizei. Deinen Ausweis. Der wird heute Nacht getrampelt. Ich habe gesehen, wie er nachts Säcke in die Ruhr geschmissen hat. Er geht oft aus dem Haus mit großen Paketen. Was gibt's heute? Frisches vom Schlachter, Karl. Achteinhalb Pfund. Echt Schwein eines Englischen. Was macht's? 100. Gut, ich nehm's. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Was macht's? 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 4, 7, 1, 1. 1, 2, 5, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 8. 1, 3, 5, 6, 7, ... 6, 7, 2, 1, 4. 4, 5, 6, 8, 1, 1, 1, 0. 5, 6, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 1. 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Das war's für heute.